Herzlich Willkommen am MPG Nörtingen. Das ist unsere Schule. Ich bin gerne im MPG, weil man hier seine Schule aktiv mitgestalten kann. In der SMV machen wir uns zum Beispiel Gedanken um die Gestaltung unseres Schulhofs. Wir planen die Projekttage von Schule als Start und organisieren den Adventure Day für alle Schüler und Lehrer. Ich bin gerne am MPG, weil es hier guter Brauch und gelebte Kultur ist, dass Schüler sich gegenseitig helfen. Zum Beispiel bei der Begleitung von Klassen durch Klassenpaten, bei der Nachhilfe von Schülern für Schüler und an vielen weiteren Stellen. Ich bin gerne am MPG, weil ich hier meine Freunde treffe und ich Hilfe bekomme, wenn ich sie brauche. Neben einer optimalen Vorbereitung auf das Abitur ist es mir sehr wichtig, dass wir am MPG nicht nur auf die Leistung achten, sondern auch auf die Entwicklung der Schülerpersönlichkeit. Es ist mir ein großes Anliegen, Möglichkeiten zu schaffen und Räume zu öffnen, damit sich unsere Schülerinnen und Schüler am MPG entfalten und ihre Persönlichkeit weiterentwickeln können. Ich bin gerne an lau, wie mit denen ich mich' helfe, das wir machen. Es wäre kl grands, wenn sie immer benutzen, weil es alles für mich ist. colen und lau bis zum sights- lachen. Die achten, oder? Da müssen die Ratschaofen machen. Den Punkt, da müssen die Ratschaofen machen. Eins gibt's da! Oder die muss nicht auf ihr machen! Ich bin gerne am MPG, weil ich entscheiden kann, welch der vielen Möglichkeiten und Angebote ich am MPG nutzen will. Von Schulsanitäter bis Theaterallee.